Ich glaube der Paiko ist... Der ist gut. Der ist auch ein deutscher Clan. Und der Paiko ist 1626. Ach, das ist so... Okay. Wir müssen... Wir dürfen uns einschichtern lassen, wir fahren nach oben. Oh, und irgendwie ist so ein Team, ey. Ich bin hier. Oh Häh? Shhh. Ups, sorry. Kriegst du bei 19 von Archer 3 oder 4 auf Holz? 3, ne? 3. Es gibt auch Varianten mit nur 2 und du holst normalerweise den Ohr auch quasi, ähm... Ja, 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 das hab ich schon gemacht. Meine liegt mich jetzt auch schon unter dem TC. Ach... Was das Ну, was schlecht ist. Ja, gut... Ich muss mal mutig schon... komplett zu pushen, während du noch nicht mal mehr beide Boards hast. Bspst! Hmm, fehlen Schafe, glaube ich. Na, ist ja gut. Oh, okay. Okay, ich habe Blau bei mir. Der scheint auch Scouts spielen zu wollen. Also der Scouts von Aya und Paekos auf mein HP. 6 HP. Ja, ich habe vergessen. Gold zusammen. Ich habe mich nicht mehr aufgelöst. Ich habe mich nicht mehr aufgelöst. Ich habe mich nicht mehr aufgelöst. Und bin natürlich gehaust. Und bin ich auch. Okay, der Blower Gate of Skirms ist offen. Oh, der ist perfekt. Ja, perfekt. Ja, ich kümmer mich drum, passt schon. Nein, 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 lenke ihn vorne ab. Meine Spears sind auf dem Weg schon. Ja, ich kümmer mich. Ja, ich kümmer mich. Ja, ich kümmer mich. Ja, ich kümmer mich. Oh. Oh Hey Blau leitet glaube ich gleich ordentlich Lenny 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 Es gibt zwei Scouts Hey Blau ist vom Gold runter Der Blau hat einen Zauber gemacht Oh nein, komm rein Ja, ich bräuchte Scouts Äh, geh einfach zum Block Ja, die werden mich ja trotzdem verfolgen und irgendwann aufreiben Da steht der Tower an Shit bin F� Sh 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 Aoi. Ihr klingt irgendwie konzentriert. Renn noch ein bisschen nach oben. Dann hätte ich kommen. Oh nein. Du kannst wieder mit nach unten. Ja, ich werde jetzt von oben angegriffen. Von hinten her. Ja, aber der kommt mit den Scouts. Wie viele Scouts mit er dann? Also in 5 oder so? Ja. Wer bitte ist in Best Flank EU? Geile Namen. Ja, ja. Geile Namen. Hä? Aber Nanny ist doch Pocket. Ja. Oh, er hat einige schon Scouts. Das machen wir irgendwie nicht. Ich bin der Fab drauf. Eieieiei, ich habe meine Eko überhaupt nicht im Griff gerade. Nein, das meine ich gar nicht. Daniel, du blockst den Ausgang. Hm, ich habe hier nochmal Scums. Ich bin auf dem Weg zu Castle Edge. 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 Und nun beim Ruhand sind dann in die Krise. Und der Panzer die Stecktoren für den Dorf. Nein, ja. Dann würden wir mal hier unten lang, wenn du willst. Unten lang? Ja, ich wäre oben rumgegangen, aber da. Klasse Tower. Unten kriegen wir die Woodline. Hey, das ist schon klasse. Das war nicht klar. Das war nicht klar. Ja, das was ich hier gerade zusammenspiele, ist lausig. Ich bin nicht auf der Villager höher. Ich geh gleich mit Crossbows von hinten auf grün noch mal drauf. Ich warte mal, bis die abgegradet sind. Ja, ich weiß, ich bin haust. Der wird gehalten sein Steam-Name immer noch in der dritten Tasche. Daran wird es hängen, ja. Oh mein Gott. Muss hier mal Unzufriedenheit kundtun. Da, da wird keiner nach gefragt, Mann. Soll ich noch mal abstimmen und starte? Ne, bitte nicht. Das wäre ja alles eine führende Gege. Das bitte in Steam-Name. Au. Die und bei mir ein. Oh shit. Das ist nicht gut. Ich bin echt auf 30 Wilds. Das wird komplett zu Tode granit. Shhh. Oh shit. Das war's für heute. Das war's für heute. Oha, jetzt werde ich hier getappelt. Ja, wir haben nach vorne. Können wir das unter Brasher nehmen vielleicht? Ja. Da könnte ein V-O-Z-Workshop ganz geil sein. V-O-Z-Workshops sagst du? Ja, natürlich. Also es sieht auf jeden Fall lecker aus, ich will das zu sehen. Shiiiiiit! Ups. Das ist überhaupt ein Erfolg geschenkt. Ja. Na ja, nimm mal. Also bei mir wären Knights richtig brutal, glaube ich. Lenny, ich brauch dich mehr. Ja. Er läuft weiter nach hinten auf diese Hügel hier. Ja, ich bin schon dabei. Sehr stark. Mach die Mange weg. Ja. Bist du nicht richtig? Ach! Ja. Es geht mit den Hügel. Das ist die Hügel. Ich bin im vorne. Na vorne Der kommt von rechts Knight, bei mir jetzt. Ist das eine Mangel? Perfekt Castle bauen vorne, Lillie. Vielleicht kannst du ein bisschen supporten. Ich bin aber noch nicht sicher über den Platz. Vielleicht links gehen wir nicht mehr. Ich bin aber nicht sicher. Ich bin aber nicht sicher. Mach das, mach das mal drinnen Na, da sind... Fuck! Ich hab mir auch den Scheiß über mir drin Schick aus Das ist dein zerstörter eigenes Tor Ja, ich weiß Ich hab dir ein bisschen Holz für mich Ich hab jetzt gar nichts mehr mit diesem brutalen Raid Okay, gar nichts Dann klicke ich gleich hoch Schlau 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 Ah, Uga! Boah! Das ist aber auch schön! Fektisch! Also der eine hat Rüstung für den Knights gekoppelt, dann müssen wir gucken, ob das er einfach nicht weitergeht. Da läuft eine Dingensgruppe los. Mit Dingens kann ich jetzt nicht gucken. Das ist gar nicht so gut, mach ich. Fuck. Der geht jetzt auf Long Swords. Wait, was? Der ist schon im? Ihr sollt da reingehen, was ist denn euer Problem? Mein Gott. Ich bin mal die Hände. Wie precedente die Steine? Ich bin mal die Hände. Okay, ich habe eine Art Luggerät. Ich habe meine Musik, dass ich keine Zeit habe. Ich bin fertig. Ich habe meine Musik, weil ich nicht da war. Ich bin geklempft. Ich bin alles dafür. Ich bin alles dafür. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach du Scheiße! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achso, da können wir schon nichts mehr in den Quartieren. Also diese Long Swords sind ja gestört, also diese Tournet Swordsmen. Und in Mali ja, ne? Mhm. Die sterben nicht. Ja. Also nicht gegen Archer. Es war schon du Äthiopier, ja gut. Mein Knastfeiter. Ich hab' hier für Optionen dann. Ich steh' hier für... Hm. Schotels. 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 Naja gut, die alleine wär' nicht das Problem gewesen, aber wenn dann halt noch 30 Chevers von der Pocket dazukommen, hab' ich ein Problem. Ja. Die Pocket dachte einfach, ich hab' noch Lust, den mitzunehmen. Also, ja. Bei Agent 3 1. Ja. Ich hab' ∂ Kart 2 1. Hat' 8at. Gehe! Ich bin drin bei. Die Musik! Guck' Enter. Jungs. Na Sitfer. Hm, das hier labert auch 51 Units. Oh, E2 Germany, aha. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob die vielleicht sogar Treppe auf dem anderen Discord spielen. Davon haben die mir schön vorimpft gecleared. Hallo. Uappartierstalschino! Hab' man esvtOG gerade, dass man anos war! Aber zur inherently Mischung war der Verpert ist es für Fseker, Vielen Dank.